IHK lädt zu drittem Nachfolgetag ein. Viele vogtländische Unternehmen aus Industrie und Handel stehen in den nächsten Jahren vor der Herausforderung einer Übergabe. In vielen Fällen geht es schlicht um die Existenz des Unternehmens und den Fortbestand der Arbeitsplätze. Wir versuchen natürlich trotz allem Nachfolger zu finden und auch hier Werbung für diese Branchen zu machen. Und was wir tun können, ist, dass wir zumindest die wenigen Nachfolger, die für diese Branchen da sind, dann hier bei uns ins Haus zu holen und mit den Unternehmern die Händeringen suchen, zusammenzubringen und den Kontakt herzustellen. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren veranstaltet die IHK Regionalkammer Plauen am 31. März den dritten Vogtländischen Nachfolgetag. Neben Vorträgen werden unter anderem zielgruppenbezogene Workshops und eine Kontaktbörse angeboten. Anmeldungen nimmt die IHK Regionalkammer Plauen bis zum 23. März entgegen.